Die Suche nach einer zweiten Erde war nie so vielversprechend wie heute. Manch ein Planet weckt auf den ersten Blick Hoffnung, doch dann entpuppt er sich als öd und leer. Denn das Weltall ist eigentlich ein lebensfeindlicher Ort. Selbst die eigene Sonne kann für das Leben in ihrer Nähe zur tödlichen Gefahr werden. Wo Forscher auf Lebensspuren hoffen, finden sie entfesselte Gewalten, vernichtende Stürme. Was macht ausgerechnet unseren blauen Planeten zu einem fantastischen Glücksfall im Universum? Die Regeln des Lebens, die Grundlagen unserer Existenz, sie sind der Schlüssel für das Leben im All. Die Suche nach Außerirdischen hat begonnen. Sind wir etwa ganz allein im All? Und wenn nein, wo sind Sie dann? Herzlich willkommen bei Faszination Universum. Früher war das höchstens ein Thema für Science-Fiction-Autoren. Es gibt ja wahre Weltraum eben über die ganz großen Geschichten der irdischen und Außerirdischen bei der Eroberung des schier unendlichen Kosmos. Seit rund 20 Jahren allerdings sind auch seriöse Wissenschaftler auf der Suche nach Lebensinseln um andere Sterne. Was gesucht wird, ist klar. Ein kleiner, blauer, bewässerter, belebter Planet. Und auf der Suche nach einem solchen blauen Diamanten in den riesigen Abgründen der Milchstraße sind die Forscher schon direkt vor unserer Haustür auf große Überraschungen gestoßen. Wer hätte denn auch vermutet, dass es kaum Leben auf der Erde geben würde, wenn wir nicht einen alten Bekannten hätten, der ab und zu, ab und zu nimmt. Der Mond hat unsere Erde fest im Griff. Ganz offen zeigt er seine Macht durch Ebbe und Flut. Doch manche Menschen schreiben ihm noch ganz andere Kräfte zu. So soll etwa Mondholz fantastische Eigenschaften besitzen. Ein Baum gefällt am Tag vor Neumond, liefert demnach ein ganz besonderes Holz. Es soll stabiler sein und sogar Feuer widerstehen. Ein wissenschaftlicher Nachweis dafür steht bislang aus. Dass wir uns überhaupt Gedanken darüber machen können, das allerdings ist dem Mond zu verdanken. Denn würde es den Mond nicht geben, hätte das dramatische Konsequenzen. Die Erde würde um ihre Achse schlingern. In der Folge herrschen an den Polen tropische Bedingungen. Das über Millionen von Jahren gewachsene Eis schmilzt. Der Meeresspiegel steigt dramatisch an. Städte, die ehemals an der Küste lagen, nun sind sie Opfer der Fluten. Andere Regionen vereisen. Die klimatischen Wechsel überall auf der Erde sind extrem. Der Mond hat die Macht, den Spuk zu beenden. Durch ihre Drehung besitzt die Erde einen leichten Bauch. Und dort packt sie der Mond. Mit der Kraft der Gravitation hält er die Erde am Äquator fest. So stabilisiert er ihre Achse. Der Mars besitzt gleich zwei Monde. Phobos und Deimos. Und doch taumelt er auf seiner Bahn um die Sonne. Im Laufe seiner Geschichte hat er schon chaotische Schwankungen vollzogen. Warum haben seine Monde das nicht verhindert? Tatsächlich handelt es sich nur um eingefangene Asteroiden. Sie sind viel zu klein, um auf den Mars zu wirken. In einigen Millionen Jahren könnten sie wieder verschwunden sein, abgestürzt oder ins All entwichen. Unser Riesen-Mond, ein Glücksfall. Wie kam die Erde zu einem so großen Trabanten? Dies ist eine der Fragen, denen Astronauten bei ihren Mondflügen nachgegangen sind. Die Astronauten bringen zusammen fast 400 Kilogramm Mondgestein von ihren Missionen mit. Die Untersuchungen fördern Erstaunliches zutage. Die Brocken unterscheiden sich kaum von irdischen Gesteinen. Für die Forscher ein Hinweis auf eine Geschichte des Mondes, wie sie dramatischer kaum sein könnte. Zwei Planeten auf der gleichen Umlaufbahn erleben eine kosmische Katastrophe. Ihr Zusammenstoß hätte beide Himmelskörper zerstören können. Doch Winkel und Geschwindigkeit sind günstig. Aus dem Größeren entsteht unsere Erde. Aus den Resten der Kollision der Mond. Beide bestehen daher aus demselben Material. Die Heftigkeit des Zusammenstoßes ist so groß, dass Erde und Mond Millionen Jahre lang glühen. Als die Körper langsam abkühlen, entwickelt sich das kosmische Unglück zu einem Glücksfall für das Leben. Der Mond hat die Achse der Erde stabilisiert und uns dadurch ein lebensfreundliches Klima geschenkt. Und darin zeigt sich die wahre Macht des Erdtrabanten. Was auch immer ihm zugeschrieben wird, eines ist sicher, ohne seinen Einfluss kein Leben auf der Erde. Der Mond ist ein Kind des größten Einschlags, den die Erde je erlebt hat. Das sagen uns die Steine vom Mond. Und das hätte natürlich auch schief gehen können und die Erde wäre total zerschlagen worden. Es ist aber nochmal gut gegangen, sogar richtig gut. Ohne den Mond würde sich die Erde sehr schnell drehen. Die Atmosphäre wäre ein einziger Wirbelsturm. Dank der Anwesenheit des Mondes seit über viereinhalb Milliarden Jahren beeinflussen sich die beiden Himmelskörper. Die Erddrehung hat sich verlangsamt und der Mond wanderte davon. Wir verdanken dem Mond unsere 24 Stunden Tageslänge und eine stabile Rotationsachse. Donnerwetter. Manche sagen ihm ja noch heute ganz andere Kräfte nach. Magische Kräfte. Ist doch kein Wunder, denn er wird ja schon immer in Gedichten und Liedern verehrt. Und uralte Legenden sprechen sogar von Wesen, die sich unter dem sanften Mondlicht verwandeln. Bei Vollmond geschieht manch Unheimliches, heißt es. Menschen verwandeln sich in Wehrwölfe. So eine Legende, die man sich in vielen europäischen Kulturen erzählt. Die Furcht und der Vollmond. Nur eine zufällige Verbindung oder das Vermächtnis aus einer vergangenen Welt. Die Zeit der Jäger und Sammler. Die Menschen damals waren aber nicht nur Jäger, sondern auch Gejagte. Die klare Vollmondnacht war für sie womöglich die gefährlichste Nacht des Monats. Hinweise darauf haben Forscher in Afrika gefunden. Über 20 Jahre studierten sie das Jagdverhalten von Löwen bei Vollmond. Die Tiere haben eine exzellente Nachtsicht. Ihnen genügt das Mondlicht für die Jagd. In Vollmondnächten machen sie nicht nur mehr Beute. Die Forscher zählten auch deutlich mehr Angriffe auf Menschen. In diesen Nächten fürchteten auch unsere Vorfahren vermehrt Raubtierangriffe. Der Nährboden für die Wehrwolf-Legenden. Statt einer Bedrohung sahen die Menschen im antiken Griechenland im Mond eine leuchtende Gottheit. Im 5. Jahrhundert vor Christus bringt der griechische Philosoph Anaxagoras dieses Weltbild zum Einstürzen. Als Gottheit müsste der Mond aus sich heraus leuchten, so die herrschende Vorstellung. Doch der Philosoph entdeckt das Gegenteil. Er erkennt, die helle Seite des Mondes zeigt stets exakt zur Sonne. Anaxagoras schließt daraus, der Mond leuchtet nicht selbst, was hell erscheint ist nur reflektiertes Sonnenlicht. Die dunklen Flecken deutet er als Meere. Die Entzauberung des Himmelskörpers erzürnt die Athener. Sie klagen ihn der Gottlosigkeit an. Eine Abstimmung mit weißen und schwarzen Kieseln entscheidet über seine Zukunft. Die Mehrheit verurteilt ihn, Athen für immer zu verlassen. Beim Mondlicht wird er recht behalten. Doch die Flecken täuschen noch viele Generationen. In Europa sieht man in ihnen ein Gesicht, den Mann im Mond. Für Chinesen zeigt sich dagegen ein Hase mit langen Ohren. Südafrikaner erkennen eine holzsammelnde Frau. Dem wahren Geheimnis der Flecken kommen die Forscher erst auf die Spur, als sie die Rückseite des Mondes betrachten. Hier gibt es fast keine vermeintlichen Mondmeere. Ihre Geschichte beginnt schon zu der Zeit, als Erde und Mond noch vom Zusammenstoß blühen. Der Mond dreht sich nach dem Aufprall um sich selbst. Doch die Anziehungskraft der Erde bremst seine Bewegung ab. Bald zeigt er ihr ständig dieselbe Seite. Durch die Hitzestrahlung der Erde kann sich auf dieser Seite nur eine dünne Kruste bilden. In der Folgezeit kommt es immer wieder zu heftigen Einschlägen auf dem Mond. Auf der Vorderseite reicht ihre Kraft, die dünne Kruste zu durchschlagen. Lava tritt aus und bildet riesige Felder. Beim Abkühlen nehmen sie eine dunklere Farbe an. Das ist die wahre Natur der von Anaxagoras beschriebenen Flecken. Von seinem Mythos hat der Mond durch die Wissenschaft nichts verloren. Zu tief sitzen in uns die tausend Jahre alten Erfahrungen und Legenden der Generationen vor uns. Jede Kultur hat ihre eigene Geschichte zum Mond. Früher, da waren das Mythen und Sagen. Heute sind es die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung. Aber die sind nicht weniger sagenhaft. Denn sie erzählen die Geschichte vom ganz jungen Mond. Und der ist entstanden nur 50.000 Kilometer entfernt von der noch durch und durch glutflüssigen Erde. Die hat eine Oberflächentemperatur von mehreren tausend Grad gehabt. Und die hat den Mond an seiner Vorderseite verbrannt. Der Mond hatte Erdbrand. Nun, unsere Erde hat sich ja dann abgekühlt. Dass dieser Felsenplanet aber dereinst mal Leben tragen wird, das war damals noch gar nicht ausgemacht. Dafür mussten sämtliche Beteiligten im Sonnensystem mitspielen. Es kam nämlich auf die richtige Reihenfolge an. Die Quelle allen Lebens auf der Erde ist flüssiges Wasser. Doch dass es das gibt, ist keineswegs selbstverständlich. Die Existenz von Wasser ist einem unglaublichen Zufall zu verdanken. Unseren Platz im Sonnensystem verdanken wir einem Ereignis, dessen Spuren man erst kürzlich entdeckt hat. Die Erde ist der dritte von vier Felsenplaneten nahe der Sonne. Jenseits des Asteroidengürtels folgen die vier Gasriesen Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Eine beinahe Katastrophe sicherte uns den besten Platz im Sonnensystem. In der sogenannten grünen Zone. Nähe an der Sonne und das Wasser würde verdampfen. Weiter draußen und es wäre nutzlos im Eis gefangen. Auf der Suche nach einer zweiten Erde blicken die Astronomen daher gezielt in die grünen Zonen der Sterne. Und erleben eine Überraschung. Anstelle von Felsenplaneten finden sie häufig unbewohnbare Gasriesen in der eigentlich bewohnbaren Zone. Welches Schicksal hat die Felsenplaneten hier ereilt? Ein Blick in die Kinderstube eines Sonnensystems. Es beginnt mit einer Wolke aus Gas und Staub. Die Druckwelle einer nahen Supernova verdichtet das Gas. Das Gas zündet unter dem Druck. Auf einen Schlag können tausende von Sternen entstehen. Um jeden der Sterne rotiert das restliche Material in einer Scheibe. Hier entstehen die Planeten. In einiger Entfernung vom Stern sammeln Gasriesen große Mengen an Material ein. Bei vielen Sternen wandern sie durch ihre große Schwerkraft nach innen und schlucken alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Das sichere Ende von Felsenplaneten in der grünen Zone. In unserem Sonnensystem ist alles anders. Der Gasriese Jupiter ist weit draußen geblieben. In sicherem Abstand zu unserer Erde. Was hat ihn auf seinem Weg gestoppt und uns die Position in der grünen Zone überlassen? Die Suche nach einer Antwort führt Astronomen zu einer überraschenden Entdeckung. Am Rande unseres Sonnensystems, wo eigentlich nichts mehr sein dürfte, stoßen sie auf einen Zwergplaneten. Sedna. Sedna ist derart weit entfernt, dass unsere Sonne von hier wie ein Stern von vielen am Nachthimmel erscheint. Trotzdem gehört Sedna zu unserem Sonnensystem. Nur der Zwergplanet braucht für seinen Weg um die Sonne mehr als 11.300 Jahre. Doch was hat ihn dann so weit hinausgeschleudert? Die einzige Erklärung, es muss eine Kraft von außen gewirkt haben zu der Zeit, als unsere Sonne gerade erst in einem Sternenhaufen geboren wurde. Die Forscher sind überzeugt, es war diese Kraft, die auch unsere Erde vor den Gasriesen bewahrt hat. Und so muss es gewesen sein. Ein Nachbarstern hat unser Sonnensystem gestreift und dabei die Himmelskörper weit auseinandergetrieben. Die Gasriesen gelangten auf entfernte Außenbrust. Sedna wurde dabei ins Weltall hinausgetragen. Eines dieser funkelnden Lichter war einmal unser Glücksstern, der die gefährlichen Gasplaneten auf Distanz brachte. Blicken wir heute in den Nachthimmel, so können wir ihn nicht mehr ausmachen. Niemand weiß, wo er nach Milliarden Jahren Wanderschaft durch den Kosmos geblieben ist. Also da hatten wir und das Sonnensystem ja richtig Dusel. Wenn dieser Stern an der blutjungen Sonne entweder zu früh oder zu nah vorbeigeflogen wäre, ja, dann hätte es keine Gas- und Staubscheibe gegeben. Dann hätte es auch keine Planeten gegeben, ergo auch kein Leben. Es wird aber noch viel besser. In der bewohnbaren Zone um einen Stern ist es bei der Entstehung der Planeten viel zu heiß für Wasser. Und so hat auch unsere Erde, dieses lebensnotwendige Nass, erst nach ihrer Entstehung durch den Einschlag von Asteroiden und Kometen bekommen. Dass diese Asteroiden und Kometen bei uns eingeschlagen sind, das verdanken wir vermutlich dem Stern, der eben im richtigen Zeitpunkt an unserem Sonnensystem vorbeigeflogen ist. Nach dieser turbulenten Anfangsphase hat es aber eine solche nahe Begegnung eines Sterns mit unserem Sonnensystem gar nicht mehr gegeben. Warum nicht? Tja, das liegt vermutlich daran, weil die Sonne und auch ihre Planeten sich eine sehr gute Wohnlage in der Milchstraße ausgesucht haben. Forscher müssen die Erde verlassen, wollen sie den unsichtbaren Plan der Milchstraße enträtseln. SOFIA ist ein fliegendes Infrarot-Teleskop. Um in die letzten Winkel unserer Galaxie zu blicken, muss es die Atmosphäre hinter sich lassen. Aus 13 Kilometern Höhe hilft das Teleskop die Frage zu beantworten, Wo innerhalb dieses milchigen Bandes am Himmel ist eigentlich unser Platz? Vor 2000 Jahren hätte die Frage Verwunderung ausgelöst. Den alten Griechen gilt die Milchstraße nicht als Ort, sondern als göttliches Zeichen. Einer berühmten Sage nach ist die Milchstraße Zeugnis eines Dramas. Auf dem Olymp herrscht Zeus. An seiner Seite steht die göttliche Hera. Sie führen eine schwierige Ehe. Hera hegt ständig Zorn und Groll gegen ihren Mann. Zeus betrügt sie am laufenden Band und zeugt zahlreiche uneheliche Kinder. Darunter dem größten Helden der griechischen Mythologie, Herakles. Herakles muss zahlreiche gefährliche Prüfungen bestehen. Um ihm göttliche Kräfte zu verleihen, legt ihn Zeus heimlich seiner Frau an die Brust. Doch Herakles saugt so heftig, dass Hera erwacht und ihn wegstößt. Ihre Milch spritzt quer über das Firmament und zeichnet am Himmel die Milchstraße. Eine schöne Legende. Zur gleichen Zeit nähert sich der Philosoph Aristoteles dem Rätsel mithilfe der Wissenschaft. Seiner Überzeugung nach handelt es sich um eine Wettererscheinung. Das Feuer der Sterne verbrennt die obere Atmosphäre und hinterlässt dabei eine Art Nebel im begrenzten, kugelförmigen Universum. In der arabischen Welt regt sich um 1100 n. Chr. Widerstand gegen diese Deutung. Der Astronom Eben Bacha erkennt die wahre Natur der Milchstraße. Er ist der berühmteste unter den arabischen Gelehrten jener Zeit, die viele antike Lehrbücher übersetzen und bewahren. Weltweit führend in der Astronomie können die Gelehrten weiterdenken, als es im Abendland erlaubt ist. Für sie ist der Himmel unendlich weit. So mutmaßt Eben Bacha, die Milchstraße besteht aus Millionen von Sternen, die von der Erde aus zu einem milchigen Band verschwimmen. 400 Jahre später. In Norditalien nutzt zum ersten Mal ein Mensch das kurz zuvor erfundene Teleskop und richtet es auf die Milchstraße. Galileo Galilei. Und er erkennt, die Araber hatten recht, die Milchstraße ist ein Sternenband. Damit ist die Theorie von einer Wettererscheinung endgültig widerlegt. Er ist überzeugt, die Erde ist umgeben von einem riesigen Sternenband, dem einzigen, das im Universum existiert. In seinem Weltbild versetzt er nicht nur die Sonne in das Zentrum des Weltalls. Er verlegt auch die Milchstraße an dessen äußersten Rand. Ein Sternenzelt, das uns umgibt. 300 weitere Jahre vergehen, bevor dieses Bild korrigiert wird. 1917 wird in Kalifornien das größte Spiegel-Teleskop der Welt installiert. Der damals 33-jährige Edwin Hubble richtet es auf Objekte, die man zuvor als Nebel bezeichnete. Sie erweisen sich als eigene Sternenbänder, als fremde Galaxien. Unsere Milchstraße ist damit nur eine Galaxie von vielen. Doch wie unsere Milchstraße aussieht und welche Form sie hat, kann Hubble nicht beantworten. Alles, was die Aufnahmen entfernter Galaxien über unsere eigene verraten ist, wir sehen am Nachthimmel unsere eigene Galaxie von der Seite. Und die Erde ist ein Teil davon. Wie können wir wissen, wie sie aussieht und wo wir sind? Eine Antwort versprechen sich die Forscher von ihrem Spezial-Teleskop SOFIA. Solche Infrarot- oder Röntgenteleskope wären auf der Erde blind. Doch außerhalb der Atmosphäre erlaubt SOFIA den Forschern, die Gas- und Staubwolken der Milchstraße zu durchdringen und bis in ihre letzten Winkel zu blicken. Aus der scheinbar chaotischen Verteilung der Sterne unserer Heimatgalaxie können Experten erkennen, sie hat die Form einer Spirale. Vier große Seitenarme vereinigen sich in einem Zentrum. Und heute wissen wir, dass unser Sonnensystem nicht in der Mitte, sondern am Rand eines Seitenraums liegt. Von den alten Griechen ist nur noch der Name geblieben. Galaxis, die Milchstraße. Von Hera und Zeus ist schon lange nicht mehr die Rede. Heute geht es um die galaktische Scheibe, in der ständig aufs Neue Sterne vergehen und entstehen. Und um die bewohnbare Zone der Galaxis. Wäre unsere Sonne näher am galaktischen Zentrum, dann wäre das für uns lebensgefährlich. Da stehen die Sterne nämlich dichter beisammen, die entreißen sich dann gegenseitig die Planeten und es gäbe viel mehr Sternexplosionen, die mit ihrer Gammastrahlung das Leben auf der Erde gefährden würden. Gehen wir weiter raus in der galaktischen Scheibe, dann haben wir immer weniger Sterne. Und immer weniger chemische Elemente, aus denen das Leben besteht. Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoff, Phosphor, Eisen, all diese Elemente werden ja in Sternen erbrütet, die explodieren. Denn Leben ist immer Sternenstaub. Und das gilt für alle Lebewesen in der Milchstraße. Leben braucht Sterne. Aber nicht überall, wo Stern draufsteht, ist auch Leben drumherum. Das Leben auf der Erde haben wir unserem Heimatstern zu verdanken. Pflanzen ernähren sich von seinem Licht. Insekten fressen Pflanzen und werden von anderen gefressen. Die Evolution hat einen langen Weg genommen bis hin zum Menschen. Und dafür brauchte sie sehr viel Zeit. Die Geschichte unserer Erde auf zwölf Stunden geschrumpft. Rund 400 Millionen Jahre entsprechen einer Stunde. Um halb drei besiedeln die ersten Bakterien die Erde. Um fünf Uhr entwickeln sich die ersten Mehrzeller. Gegen halb elf finden sich die ersten Krustentiere. Die Dinosaurier verschwinden um zehn vor zwölf. Dann erscheinen die ersten Halbaffen auf der Windfläche. Erst um drei Sekunden vor zwölf erobert der Mensch die Erde. 4,6 Milliarden Jahre spendete die Sonne Energie für diesen Prozess. Und die Entwicklung ist noch längst nicht zu Ende. Will man Leben auf anderen Planeten finden, muss man also nach Sonnensuchen, die sehr lange brennen. Einige Milliarden Jahre mindestens. Die Suche nach anderen, belebten Planeten beginnt mit der Suche nach geeigneten Sternen. Milliarden von Sonnen sind nachts mit Teleskopen von der Erde aus zu sehen. Aber um welchen dieser Sterne könnte ein bewohnbarer oder gar bewohnter Planet kreisen? Stern ist nicht gleich Stern. Es gibt rote Zwerge, blaue Riesen, aber auch rote Riesen und weiße Zwerge. Die Sterne sind unterschiedlich groß. Verglichen mit der Erde hat unsere Sonne 300.000 Mal mehr Masse. Viel kleiner sind die roten Zwerge. Sternriesen können dagegen 300 Mal größer sein als unsere Sonne. Oder sogar fast 2000 Mal größer. Sind es die Giganten, in deren Nähe die Suche nach einer zweiten Erde Erfolg verspricht? Sie müssten auch Brennstoff für Milliarden von Jahren in sich tragen. Nur dann könnten sie ausreichend lange Energie liefern für einen Evolutionsprozess, ähnlich dem auf unserer Erde. Doch die Riesen haben ein zu kurzes Leben. Wie Holz in einem sehr heißen Ofen rasch verblüht, so verbrennen die gigantischen Sonnen ihren Brennstoff sehr schnell. Manche sind schon nach wenigen Millionen Jahren ausgebrannt. Sie blähen sich auf, bevor sie zu einem schwarzen Loch zusammenfallen. Das schwarze Loch wandert anschließend als fressendes Monster durch das All. Im Maßstab der kosmischen Uhr sind diese Giganten schon nach wenigen Minuten tot. Leben hat in ihrer Nähe keine Zeit zu entstehen. Vielversprechender sind somit Sonnen, die mindestens so alt werden wie unsere Sonne. Oder sogar noch älter. Beispielsweise rote Zwölfe. 80% der Sonnen in unserer Milchstraße sind solche roten Sonnen. Die Verbrennung läuft verhältnismäßig langsam ab. Und sie werden mindestens einige Milliarden Jahre alt. Die Evolution auf unserer Erde hat gezeigt, die Entstehung von Leben braucht viel Zeit. Und eine Sonne, die dafür lange genug brennt. Die Sonne, die Gute, sie ist eben das perfekte Muttergestür. Ihre Strahlung ist nicht so hart, dass sie alles verbrennt. Aber auch nicht so weich, dass alles einfriert. Und sie hat keinen anderen Stern als Begleiter. Denn dessen Schwerkraft würde ja die Planeten aus ihren Bahnen reißen. Außerdem hat unsere Sonne die richtige Position in der Milchstraße, nämlich weit weg von allem, was uns kosmisch gefährlich werden könnte. Man weiß also heute schon sehr genau, wo man suchen müsste. Und man tut es ja auch. Mit immer besseren technischen Geräten und immer zielgerichteter suchen die Astronomen nach anderen Planetensystemen der Milchstraße. Und sie sind dabei schon sehr fündig geworden. Vor über 400 Jahren hat ein deutscher Astronom davon geträumt. Und deshalb wird heute in seinem Namen der Himmel nach extrasolaren Planetensystemen ausgespäht. Johannes Kepler ist der Namensgeber für die Planetensuchmaschine. 2009, mit der Trägerrakete Delta ins All befördert, soll das Teleskop lebensfreundliche Planeten aufspüren. Damit Kepler möglichst ungestört messen kann, kreist das Teleskop in einer Bahn um die Sonne. Den Blick hat Kepler auf einen Sternenhaufen aus 190.000 Sternen gerichtet. Viele davon könnten von Planeten begleitet werden. Aber wie soll ein Objekt, das selbst nicht leuchtet, in tausenden Lichtjahren Entfernung zu finden sein? Astronomen folgen verräterischen Hinweisen. Passiert ein Planet seinen Stern, und dann so gibt es leichte Veränderungen in der Lichtstärke. Dies ist vergleichbar mit der Beobachtung einer weit entfernten Lampe, vor der ein Falter vorbeifliegt. Das Insekt verdunkelt kaum erkennbares Licht. Doch misst man die Lichtstärke genau, so lässt sich die Veränderung selbst aus großer Entfernung messen. Im astronomischen Maßstab schattet auch jeder Planet das Licht seines Sterns geringfügig ab. Aus dieser Veränderung können Astronomen einen Planeten ausmachen. Sie können sogar seine Größe und seine Umlaufgeschwindigkeit ablesen. Diese Methode funktioniert jedoch nur, wenn das Teleskop zufällig in der Ebene der Planetenbahnen auf den Stern schaut. Sonst funktioniert diese Messung nicht. Doch es gibt noch ein weiteres Indiz. Ein Hammerwerfer schwankt mit seiner Kugel stets leicht hin und her. Er wobbelt. Genau das Gleiche passiert auch bei einem Stern, der von Planeten umkreist wird, durch die Kraft der Gravitation. Dieses Wobbeln kann das Teleskop Kepler messen. Es verrät, ob ein für uns unsichtbarer Planet den Stern umkreist. Tausende von Sonnen hat das Teleskop schon ins Visier genommen und Astronomen die Positionen von insgesamt 715 neuen Planeten übermittelt. Ihre Namen sind wenig fantasievoll. K für Kepler und eine Zahl für die Reihenfolge in der Entdeckungsgeschichte. Einer der ersten aussichtsreichen Kandidaten schien Kepler 10b. Doch genauere Untersuchungen zeigten, er ist seiner Sonne zu nah. Eine Feuerhalle. Kepler 16b. Ein weiterer, zunächst vielversprechender Planet. Er ist aber zu groß und entpuppte sich schließlich als eisiger Gasgigant. Notwendige Bedingungen für lebensfreundliche Planeten sind ein langlebiger Heimatstern und der richtige Abstand zwischen Planet und Sonne. Denn flüssiges Wasser ist lebensnotwendig. Doch auch Planeten, die komplett von Wasser bedeckt sind, werden nach allem, was wir wissen, kein höheres Leben hervorbringen. Unter allen bisherigen Fundstücken im Universum gibt es eines, das anscheinend viele Voraussetzungen erfüllt. Kepler 186f. Der Abstand zu seiner Sonne ist ideal. Es ist nicht zu heiß und nicht zu kalt. Wasser wäre also flüssig. Der Planet hat etwa die Größe der Erde. Ob es jedoch auch ein Felsenplanet ist und ob es dort überhaupt Wasser gibt, können die Forscher noch nicht sagen. Vor einem Jahr begann das Teleskop zu taumeln. Stabilisationskreisel, die es in einer ruhigen Bahn halten sollen, sind ausgefallen. Die NASA hat Kepler abgeschrieben. Doch einige Wissenschaftler wollen gerade jetzt, wo sie einer zweiten Erde womöglich ganz nahe gekommen sind, nicht aufgeben. Fieberhaft suchen sie nach einer Methode, das Teleskop doch noch weiter nutzen zu können. Sie hoffen, dass sie das Teleskop so drehen können, dass der Sonnenwind es stabilisiert und Messungen zumindest für einige weitere Monate möglich werden. Schließlich ist die Frage noch nicht beantwortet. Sind wir allein? Vielleicht sind wir ja E.T. und seinen Freunden einfach zu nahe gekommen. Und deshalb haben die unser Planetensuchteleskop kaputt gemacht. Ach was, nie im Leben. Also wäre es ja schon schön, wenn es den Astronomen gelänge, den so wichtigen Spähapparat wieder in die Gänge zu bringen. Denn es ist ja eine grandiose Leistung von den Forschern, aus diesen minimalen Helligkeitsschwankungen auf die Eigenbewegung der Sterne zu schließen und daraus wiederum auf die Existenz der sie umkreisenden Planeten. Noch irrer ist ja nur, dass man heutzutage sogar die Atmosphären von extrasolaren Planeten untersuchen kann. Und da muss ich überlegen, diese Atmosphären sind vielleicht 100 Kilometer dick. Also so wie bei uns auf der Erde. Aber den Forschern reicht das bisschen Sternenlicht, das da durchfällt. Und das, obwohl ja die Sterne Tausende von Lichtjahren von uns entfernt sind. In der Milchstraße sind die meisten Sterne kleiner als die Sonne und röter. Und wenn da was lebt, dann sieht es natürlich rot. Da die roten Sonnen viel häufiger sind als Sterne, die die gleiche Größe haben wie unsere Sonne, nehmen Astronomen vor allem solche roten Zwerge ins Visier. Sie hoffen, hier Kandidaten zu finden, auf denen so ideale Bedingungen herrschen wie auf der Erde. Diese roten Zwerge brennen lange genug, um einer Evolution ausreichend Zeit zu geben. Forscher fragen sich, wie würde das Leben auf einem solchen Planeten aussehen? Die Pflanzen müssen möglichst viel von der Energie aufnehmen, die ihnen die Sonne liefert. Um alles Licht zu absorbieren, sind die Blätter der Pflanzen dunkel, fast schwarz. So haben sie sich an die energiearme Strahlung ihres Heimatsterns angepasst. Auch die Unterwasserwelt ist vom roten Zwerg bestimmt. Seine Strahlung dringt nicht tief ins Wasser ein. So haben die Bewohner der fremden Ozeane Ähnlichkeit mit unseren Tiefseebewohnern. Manche von ihnen erzeugen auch hier ihr eigenes Licht. Da der Planet seiner Sonne sehr nahe sein muss, wird er durch die Gravitation in seiner Rotation gebremst. Irgendwann zeigt immer die gleiche Seite zur Sonne. Dort ist es besonders heiß, während es auf der sonnenabgewandten Seite eisig kalt ist. Licht und Schatten, Hitze und Kälte sind ungleich verteilt. Die extremen Temperaturunterschiede lösen Stürme aus, die über den gesamten Planeten toben. Das Leben muss sich an diese Bedingungen anpassen. Nährstoffe an der Oberfläche werden weit über das Land geweht. Ähnlich wie Wale das Plankton in den Meeren aufnehmen, filtern die Bewohner hier Nährstoffe aus der Strömung in der Atmosphäre. Falls Astronomen eines Tages einen Planeten entdecken, dessen Heimatstern schon ebenso lange brennt wie unsere Sonne, der flüssiges Wasser und Land aufweist, ja, dann könnte auch dort die Evolution Erstaunliches hervorgebracht haben. Tja, wie werden sie denn nun aussehen, die anderen? Sie werden sich bewegen. Sie werden Hand und Fuß haben. Sie werden Sensoren haben für das Licht des Sternes, den ihr Planet umkreist, für die Schwingung des Luftmeers, an dessen Boden sie leben. Und sie werden so etwas wie ein Denkapparat haben, der ihren Körper und ihren Geist lenkt. Oder sie werden ganz anders sein. Auf jeden Fall ist die Suche nach E.T. und seinen Freunden ein tiefer Blick in den kosmischen Spiegel. Noch sehen wir nur uns dabei, aber wir erkennen schon die sehr vielen glücklichen Umstände, die so scharf definiert sind wie Rasierklingen. Da gibt es keine Spielräume. Fast könnte man meinen, das Universum hat uns gewollt. Nächste Woche geht Harald Lesch auf die Suche nach dem kosmischen Code. Die Regelmäßigkeit der Muster und Formen in der Natur scheint kein Zufall. Gibt es einen Code, der über allem zu herrschen scheint? Faszination Universum. Nächsten Sonntag. Die Suche nach einer zweiten Erde war nie so vielversprechend wie heute. Manch ein Planet weckt auf den ersten Blick Hoffnung, doch dann entpuppt er sich als öd und leer. Denn das Weltall ist eigentlich ein lebensfeindlicher Ort. Selbst die eigene Sonne kann für das Leben in ihrer Nähe zur tödlichen Gefahr werden. Wo Forscher auf Lebensspuren hoffen, finden sie entfesselte Gewalten, vernichtende Stürme. Was macht ausgerechnet unseren blauen Planeten zu einem fantastischen Glücksfall im Universum? Die Regeln des Lebens, die Grundlagen unserer Existenz, sie sind der Schlüssel für das Leben im All. Die Suche nach Außerirdischen hat begonnen. Sind wir etwa ganz allein im All? Und wenn nein, wo sind sie dann? Herzlich willkommen bei Faszination Universum. Früher war das höchstens ein Thema für Science-Fiction-Autoren. Es gibt ja wahre Weltraum eben über die ganz großen Geschichten der irdischen und Außerirdischen bei der Eroberung des schier unendlichen Kosmos. Seit rund 20 Jahren allerdings sind auch seriöse Wissenschaftler auf der Suche nach Lebensinseln um andere Sterne. Was gesucht wird, ist klar, ein kleiner, blauer, bewässerter, belebter Planet. Und auf der Suche nach einem solchen blauen Diamanten in den riesigen Abgründen der Milchstraße sind die Forscher schon direkt vor unserer Haustür auf große Überraschungen gestoßen. Wer hätte denn auch vermutet, dass es kaum Leben auf der Erde geben würde, wenn wir nicht einen alten Bekannten hätten, der ab und zu, ab und zu nimmt. Der Mond hat unsere Erde fest im Griff. Ganz offen zeigt er seine Macht durch Ebbe und Flut. Doch manche Menschen schreiben ihm noch ganz andere Kräfte zu. So soll etwa Mondholz fantastische Eigenschaften besitzen. Ein Baum gefällt am Tag vor Neumond, liefert demnach ein ganz besonderes Holz. Es soll stabiler sein und sogar Feuer widerstehen. Ein wissenschaftlicher Nachweis dafür steht bislang aus. Dass wir uns überhaupt Gedanken darüber machen können, das allerdings ist dem Mond zu verdanken. Denn würde es den Mond nicht geben, hätte das dramatische Konsequenzen. Die Erde würde um ihre Achse schlingern. In der Folge herrschen an den Polen tropische Bedingungen. Das über Millionen von Jahren gewachsene Eis schmilzt. Der Meeresspiegel steigt dramatisch an. Städte, die ehemals an der Küste lagen, nun sind sie Opfer der Fluten. Andere Regionen vereisen. Die klimatischen Wechsel überall auf der Erde sind extrem. Der Mond hat die Macht, den Spuk zu beenden. Durch ihre Drehung besitzt die Erde einen leichten Bauch. Und dort packt sie der Mond. Mit der Kraft der Gravitation hält er die Erde am Äquator fest. So stabilisiert er ihre Achse. Der Mars besitzt gleich zwei Monde. Phobos und Deimos. Und doch taumelt er auf seiner Bahn um die Sonne. Im Laufe seiner Geschichte hat er schon chaotische Schwankungen vorzogen. Warum haben seine Monde das nicht verhindert? Tatsächlich handelt es sich nur um eingefangene Asteroiden. Sie sind viel zu klein, um auf den Mars zu wirken. In einigen Millionen Jahren könnten sie wieder verschwunden sein, abgestürzt oder ins All entwichen. Unser Riesenmond, ein Glücksfall. Wie kam die Erde zu einem so großen Trabanten? Dies ist eine der Fragen, denen Astronauten bei ihren Mondflügen nachgegangen sind. Sechs Apollo-Flüge schaffen es zwischen 1969 und 1971 zum Mond und zurück. Die Astronauten bringen zusammen fast 400 Kilogramm Mondgestein von ihren Missionen mit. Die Untersuchungen fördern Erstaunliches zutage. Die Brocken unterscheiden sich kaum von irdischem Gestein. Für die Forscher ein Hinweis auf eine Geschichte des Mondes, wie sie dramatischer kaum sein könnte. Zwei Planeten auf der gleichen Umlaufbahn erleben eine kosmische Katastrophe. Ihr Zusammenstoß hätte beide Himmelskörper zerstören können. Doch Winkel und Geschwindigkeit sind günstig. Aus dem Größeren entsteht unsere Erde. Aus den Resten der Kollision der Mond. Beide bestehen daher aus demselben Material. Die Heftigkeit des Zusammenstoßes ist so groß, dass Erde und Mond Millionen Jahre lang glühen. Als die Körper langsam abkühlen, entwickelt sich das kosmische Unglück zu einem Glücksfall für das Leben. Der Mond hat die Achse der Erde stabilisiert und uns dadurch ein lebensfreundliches Klima geschenkt. Und darin zeigt sich die wahre Macht des Erdtrabanten. Was auch immer ihm zugeschrieben wird, eines ist sicher. Ohne seinen Einfluss kein Leben auf der Erde. Der Mond ist ein Kind des größten Einschlags. In der arabischen Welt regt sich um 1100 n. Chr. Widerstand gegen diese Deutung. Der Astronom Eben Bacha erkennt die wahre Natur der Milchstraßen. Er ist der berühmteste unter den arabischen Gelehrten jener Zeit, die viele antike Lehrbücher übersetzen und bewahren. Weltweit führend in der Astronomie können die Gelehrten weiterdenken, als es im Abendland erlaubt ist. Für sie ist der Himmel unendlich weit. So mutmaßt Eben Bacha, die Milchstraße besteht aus Millionen von Sternen, die von der Erde aus zu einem milchigen Band verschwimmen. 400 Jahre später. In Norditalien nutzt zum ersten Mal ein Mensch das kurz zuvor erfundene Teleskop und richtet es auf die Milchstraße. Galileo Galilei. Und er erkennt, die Araber hatten recht. Die Milchstraße ist ein Sternenband. Damit ist die Theorie von einer Wettererscheinung endgültig widerlegt. Er ist überzeugt, die Erde ist umgeben von einem riesigen Sternenband, dem einzigen, das im Universum existiert. In seinem Weltbild versetzt er nicht nur die Sonne in das Zentrum des Weltalls. Er verlegt auch die Milchstraße an dessen äußersten Rand. Ein Sternenzelt, das uns umgibt. 300 weitere Jahre vergehen, bevor dieses Bild korrigiert wird. 1917 wird in Kalifornien das größte Spiegel-Teleskop der Welt installiert. Der damals 33-jährige Edwin Hubble richtet es auf Objekte, die man zuvor als Nebel bezeichnete. Sie erweisen sich als eigene Sternenbänder, als fremde Galaxien. Unsere Milchstraße ist damit nur eine Galaxie von vielem. Doch wie unsere Milchstraße aussieht und welche Form sie hat, kann Hubble nicht beantworten. Alles, was die Aufnahmen entfernter Galaxien über unsere eigene verraten ist, wir sehen am Nachthimmel unsere eigene Galaxie von der Seite. Und die Erde ist ein Teil davon. Wie können wir wissen, wie sie aussieht und wo wir sind? Eine Antwort versprechen sich die Forscher von ihrem Spezialteleskop SOFIA. Solche Infrarot- oder Röntgenteleskope wären auf der Erde blind. Doch außerhalb der Atmosphäre erlaubt SOFIA den Forschern, die Gas- und Staubwolken der Milchstraße zu durchdringen und bis in ihre letzten Winkel zu blicken. Aus der scheinbar chaotischen Verteilung der Sterne unserer Heimatgalaxie können Experten erkennen, sie hat die Form einer Spirale. Vier große Seitenarme vereinigen sich in einem Zentrum. Und heute wissen wir, dass unser Sonnensystem nicht in der Mitte, sondern am Rand eines Seitenarms liegt. Von den alten Griechen ist nur noch der Name geblieben, Galaxis, die Milchstraße. Von Hera und Zeus ist schon lange nicht mehr die Rede. Heute geht es um die galaktische Scheibe, in der ständig aufs Neue Sterne vergehen und entstehen. Und um die bewohnbare Zone der Galaxis. Wäre unsere Sonne näher am galaktischen Zentrum, dann wäre das für uns lebensgefährlich. Da stehen die Sterne nämlich dichter beisammen, die entreißen sich dann gegenseitig die Planeten. Und es gäbe viel mehr Sternexplosionen, die mit ihrer Gammastrahlung das Leben auf der Erde gefährden würden. Gehen wir weiter raus in der galaktischen Scheibe, dann haben wir immer weniger Sternen. Und immer weniger chemische Elemente, aus denen das Leben besteht. Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoff, Phosphor, Eisen. All diese Elemente werden ja in Sternen erbrütet, die explodieren. Denn Leben ist immer Sternenstaub. Und das gilt für alle Lebewesen in der Milchstraße. Leben braucht Sterne. Aber nicht überall, wo Stern draufsteht, ist auch Leben drumherum. Das Leben auf der Erde haben wir unserem Heimatstern zu verdanken. Pflanzen ernähren sich von seinem Licht. Insekten fressen Pflanzen und werden von anderen gefressen. Die Evolution hat einen langen Weg genommen bis hin zum Menschen. Und dafür brauchte sie sehr viel Zeit. Die Geschichte unserer Erde auf zwölf Stunden geschrumpft. Rund 400 Millionen Jahre entsprechen einer Stunde. Um halb drei besiedeln die ersten Bakterien die Erde. Um fünf Uhr entwickeln sich die ersten Mehrzeller. Gegen halb elf finden sich die ersten Krustentiere. Die Dinosaurier verschwinden um zehn vor zwölf. Dann erscheinen die ersten Halbaffen auf der Windfläche. Erst um drei Sekunden vor zwölf erobert der Mensch die Erde. 4,6 Milliarden Jahre spendete die Sonne Energie für diesen Prozess. Und die Entwicklung ist noch längst nicht zu Ende. Will man Leben auf anderen Planeten finden, muss man also nach Sonnensuchen, die sehr lange brennen. Einige Milliarden Jahre, mindestens. Die Suche nach anderen, belebten Planeten beginnt mit der Suche nach geeigneten Sternen. Milliarden von Sonnen sind nachts mit Teleskopen von der Erde aus zu sehen. Aber um welchen dieser Sterne könnte ein bewohnbarer oder gar bewohnter Planet kreisen? Stern ist nicht gleich Stern. Es gibt rote Zwerge, blaue Riesen, aber auch rote Riesen und weiße Zwerge. Die Sterne sind unterschiedlich groß. Verglichen mit der Erde hat unsere Sonne 300.000 Mal mehr Masse. Viel kleiner sind die roten Zwerge. Sternriesen können dagegen 300 Mal größer sein als unsere Sonne. Oder sogar fast 2000 Mal größer. Sind es die Giganten, in deren Nähe die Suche nach einer zweiten Erde Erfolg verspricht? Sie müssten auch Brennstoff für Milliarden von Jahren in sich tragen. Nur dann könnten sie ausreichend lange Energie liefern für einen Evolutionsprozess, ähnlich dem auf unserer Erde. Doch die Riesen haben ein zu kurzes Leben. Wie Holz in einem sehr heißen Ofen rasch verglüht, so verbrennen die gigantischen Sonnen ihren Brennstoff sehr schnell. Manche sind schon nach wenigen Millionen Jahren ausgebrannt. Sie blähen sich auf, bevor sie zu einem schwarzen Loch zusammenfallen. Das schwarze Loch wandert anschließend als fressendes Monster durch das All. Im Maßstab der kosmischen Uhr sind diese Giganten schon nach wenigen Minuten tot. Leben hat in ihrer Nähe keine Zeit zu entstehen. Vielversprechender sind somit Sonnen, die mindestens so alt werden wie unsere Sonne. Oder sogar noch älter. Beispielsweise rote Zwerge. 80 Prozent der Sonnen in unserer Milchstraße sind solche roten Sonnen. Die Verbrennung läuft verhältnismäßig langsam ab und sie werden mindestens einige Milliarden Jahre alt. Die Evolution auf unserer Erde hat gezeigt, die Entstehung von Leben braucht viel Zeit. Und eine Sonne, die dafür lange genug brennt. Die Sonne, die Gute. Sie ist eben das perfekte Muttergestirn. Ihre Strahlung ist nicht so hart, dass sie alles verbrennt, aber auch nicht so weich, dass alles einfriert. Und sie hat keinen anderen Stern als Begleiter, denn dessen Schwerkraft würde ja die Planeten aus ihren Bahnen reißen. Außerdem hat unsere Sonne die richtige Position in der Milchstraße, nämlich weit weg von allem, was uns kosmisch gefährlich werden könnte. Man weiß also heute schon sehr genau, wo man suchen müsste. Und man tut es ja auch, mit immer besseren technischen Geräten und immer zielgerichteter suchen die Astronomen nach anderen Planetensystemen der Milchstraße. Und sie sind dabei schon sehr fündig geworden. Vor über 400 Jahren hat ein deutscher Astronom davon geträumt. Und deshalb wird heute in seinem Namen der Himmel nach extrasolaren Planetensystemen ausgespäht. Johannes Kepler ist der Namensgeber für die Planetensuchmaschine. 2009, mit der Trägerrakete Delta ins All befördert, soll das Teleskop lebensfreundliche Planeten aufspüren. Damit Kepler möglichst ungestört messen kann, kreist das Teleskop in einer Bahn um die Sonne. Den Blick hat Kepler auf einen Sternenhaufen aus 190.000 Sternen gerichtet. Viele davon könnten von Planeten begleitet werden. Aber wie soll ein Objekt, das selbst nicht leuchtet, in tausenden Lichtjahren Entfernung zu finden sein? Astronomen folgen verräterischen Hinweisen. Passiert ein Planet seinen Stern, so gibt es leichte Veränderungen in der Lichtstärke. Dies ist vergleichbar mit der Beobachtung einer weit entfernten Lampe, vor der ein Falter vorbeifliegt. Das Insekt verdunkelt kaum erkennbares Licht. Doch misst man die Lichtstärke genau, so lässt sich die Veränderung selbst aus großer Entfernung messen. Im astronomischen Maßstab schattet auch jeder Planet das Licht seines Sterns geringfügig ab. Aus dieser Veränderung können Astronomen einen Planeten ausmachen. Sie können sogar seine Größe und seine Umlaufgeschwindigkeit ablesen. Diese Methode funktioniert jedoch nur, wenn das Teleskop zufällig in der Ebene der Planetenbahnen auf den Stern schaut. Sonst funktioniert diese Messung nicht. Doch es gibt noch ein weiteres Indiz. Ein Hammerwerfer schwankt mit seiner Kugel stets leicht hin und her. Er wobbelt. Genau das Gleiche passiert auch bei einem Stern, der von Planeten umkreist wird, durch die Kraft der Gravitation. Dieses Wobbeln kann das Teleskop Kepler messen. Es verrät, ob ein für uns unsichtbarer Planet den Stern umkreist. Tausende von Sonnen hat das Teleskop schon ins Visier genommen und Astronomen die Positionen von insgesamt 715 neuen Planeten übermittelt. Ihre Namen sind wenig fantasievoll. K für Kepler und eine Zahl für die Reihenfolge in der Entdeckungsgeschichte. Einer der ersten aussichtsreichen Kandidaten schien Kepler-10b. Doch genauere Untersuchungen zeigten, er ist seiner Sonne zu nah. Eine Feuerhalle. Kepler-16b. Ein weiterer, zunächst vielversprechender Planet. Er ist aber zu groß und entpuppte sich schließlich als eisiger Gasgigant. Notwendige Bedingungen für lebensfreundliche Planeten sind ein langlebiger Heimatstern und der richtige Abstand zwischen Planet und Sonne. Denn flüssiges Wasser ist lebensnotwendig. Doch auch Planeten, die komplett von Wasser bedeckt sind, werden nach allem, was wir wissen, kein höheres Leben hervorbringen. Unter allen bisherigen Fundstücken im Universum gibt es eines, das anscheinend viele Voraussetzungen erfüllt. Kepler-186 in der sogenannten grünen Zone. Näher an der Sonne und das Wasser würde verdampfen. Weiter draußen und es wäre nutzlos im Eis gefangen. Auf der Suche nach einer zweiten Erde blicken die Astronomen daher gezielt in die grünen Zonen der Sterne und erleben eine Überraschung. Anstelle von Felsenplaneten finden sie häufig unbewohnbare Gasriesen in der eigentlich bewohnbaren Zone. Welches Schicksal hat die Felsenplaneten hier ereilt? Ein Blick in die Kinderstube eines Sonnensystems. Es beginnt mit einer Wolke aus Gas und Staub. Die Druckwelle einer nahen Supernova verdichtet das Gas. Das Gas zündet unter dem Druck. Auf einen Schlag können tausende von Sternen entstehen. Um jeden der Sterne rotiert das restliche Material in einer Scheibe. Hier entstehen die Planeten. In einiger Entfernung vom Stern sammeln Gasriesen große Mengen an Material ein. Bei vielen Sternen wandern sie durch ihre große Schwerkraft nach innen und schlucken alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Das sichere Ende von Felsenplaneten in der grünen Zone. In unserem Sonnensystem ist alles anders. Der Gasriese Jupiter ist weit draußen geblieben. In sicherem Abstand zu unserer Erde. Was hat ihn auf seinem Weg gestoppt und uns die Position in der grünen Zone überlassen? Die Suche nach einer Antwort führt Astronomen zu einer überraschenden Entdeckung. Am Rande unseres Sonnensystems, wo eigentlich nichts mehr sein dürfte, stoßen sie auf einen Zwergplaneten. Settner. Settner ist derart weit entfernt, dass unsere Sonne von hier wie ein Stern von vielen am Nachthimmel erscheint. Trotzdem gehört Settner zu unserem Sonnensystem. Nur der Zwergplanet braucht für seinen Weg um die Sonne mehr als 11.300 Jahre. Doch was hat ihn dann so weit hinausgeschleudert? Die einzige Erklärung, es muss eine Kraft von außen gewirkt haben zu der Zeit, als unsere Sonne gerade erst in einem Sternenhaufen geboren wurde. Die Forscher sind überzeugt, es war diese Kraft, die auch unsere Erde vor den Gasriesen bewahrt hat. Und so muss es gewesen sein. Ein Nachbarstern hat unser Sonnensystem gestreift und dabei die Himmelskörper weit auseinandergetrieben. Die Gasriesen gelangten auf entfernte Außenposten. Settner wurde dabei ins Weltall hinausgetragen. Eines dieser funkelnden Lichter war einmal unser Glücksstern, der die gefährlichen Gasplaneten auf Distanz brachte. Blicken wir heute in den Nachthimmel, so können wir ihn nicht mehr ausmachen. Niemand weiß, wo er nach Milliarden Jahren Wanderschaft durch den Kosmos geblieben ist. Also da hatten wir und das Sonnensystem ja richtig Dusel. Wenn dieser Stern an der blutjungen Sonne entweder zu früh oder zu nah vorbeigeflogen wäre, ja, dann hätte es keine Gas- und Staubscheibe gegeben. Dann hätte es auch keine Planeten gegeben, ergo auch kein Leben. Es wird aber noch viel besser. In der bewohnbaren Zone um einen Stern ist es bei der Entstehung der Planeten viel zu heiß für Wasser. Und so hat auch unsere Erde, dieses lebensnotwendige Nass, erst nach ihrer Entstehung durch den Einschlag von Asteroiden und Kometen bekommen. Dass diese Asteroiden und Kometen bei uns eingeschlagen sind, das verdanken wir vermutlich dem Stern, der eben im richtigen Zeitpunkt an unserem Sonnensystem vorbeigeflogen ist. Nach dieser turbulenten Anfangsphase hat es aber eine solche nahe Begegnung eines Sterns mit unserem Sonnensystem gar nicht mehr gegeben. Warum nicht? Tja, das liegt vermutlich daran, weil die Sonne und auch ihre Planeten sich eine sehr gute Wohnlage in der Milchstraße ausgesucht haben. Forscher müssen die Erde verlassen, wollen sie den unsichtbaren Plan der Milchstraße enträtseln. Sophia ist ein fliegendes Infrarot-Teleskop. Um in die letzten Winkel unserer Galaxie zu blicken, muss es die Atmosphäre hinter sich lassen. Aus 13 Kilometern Höhe hilft das Teleskop die Frage zu beantworten, wo innerhalb dieses milchigen Bandes am Himmel ist eigentlich unser Platz? Vor 2000 Jahren hätte die Frage Verwunderung ausgelöst. Den alten Griechen gilt die Milchstraße nicht als Ort, sondern als göttliches Zeichen. Einer berühmten Sage nach ist die Milchstraße Zeugnis eines Dramas. Auf dem Olymp herrscht Zeus. An seiner Seite steht die göttliche Hera. Sie führen eine schwierige Ehe. Hera hegt ständig Zorn und Groll gegen ihren Mann. Zeus betrügt sie am laufenden Band und zeugt zahlreiche uneheliche Kinder. Darunter den größten Helden der griechischen Mythologie, Herakles. Herakles muss zahlreiche gefährliche Prüfungen bestehen. Um ihm göttliche Kräfte zu verleihen, legt ihn Zeus heimlich seiner Frau an die Brust. Doch Herakles saugt so heftig, dass Hera erwacht und ihn wegstößt. Ihre Milch spritzt quer über das Firmament und zeichnet am Himmel die Milchstraße. Eine schöne Legende. Zur gleichen Zeit nähert sich der Philosoph Aristoteles dem Rätsel mithilfe der Wissenschaft. Seiner Überzeugung nach handelt es sich um eine Wettererscheinung. Das Feuer der Sterne verbrennt die obere Atmosphäre und hinterlässt dabei eine Art Nebel im begrenzten kugelförmigen Universum. Die Erde hier erlebte. Das sagen uns die Steine vom Mond. Und das hätte natürlich auch schief gehen können. Und die Erde wäre total zerschlagen worden. Es ist aber nochmal gut gegangen. Sogar richtig gut. Ohne den Mond würde sich die Erde sehr schnell drehen. Die Atmosphäre wäre ein einziger Wirbelsturm. Dank der Anwesenheit des Mondes seit über viereinhalb Milliarden Jahren beeinflussen sich die beiden Himmelskörper. Die Erddrehung hat sich verlangsamt und der Mond wanderte davon. Wir verdanken dem Mond unsere 24 Stunden Tageslänge und eine stabile Rotationsachse. Donnerwetter. Manche sagen ihm ja noch heute ganz andere Kräfte nach. Magische Kräfte. Ist doch kein Wunder, denn er wird ja schon immer in Gedichten und Liedern verehrt und uralte Legenden sprechen sogar von Wesen, die sich unter dem sanften Mondlicht verwandeln. Bei Vollmond geschieht manch Unheimliches, heißt es. Menschen verwandeln sich in Wehrwölfe. So eine Legende, die man sich in vielen europäischen Kulturen erzählt. Die Furcht und der Vollmond. Nur eine zufällige Verbindung oder das Vermächtnis aus einer vergangenen Welt. Die Zeit der Jäger und Sammler. Die Menschen damals waren aber nicht nur Jäger, sondern auch Gejagte. Die klare Vollmondnacht war für sie womöglich die gefährlichste Nacht des Monats. Hinweise darauf haben Forscher in Afrika gefunden. Über 20 Jahre studierten sie das Jagdverhalten von Löwen bei Vollmond. Die Tiere haben eine exzellente Nachtsicht. Ihnen genügt das Mondlicht für die Jagd. In Vollmondnächten machen sie nicht nur mehr Beute. Die Forscher zählten auch deutlich mehr Angriffe auf Menschen. In diesen Nächten fürchteten auch unsere Vorfahren vermehrt Raubtierangriffe. Der Nährboden für die Wehrwolf-Legenden. Statt einer Bedrohung sahen die Menschen im antiken Griechenland im Mond eine leuchtende Gottheit. Im 5. Jahrhundert vor Christus bringt der griechische Philosoph Anaxagoras dieses Weltbild zum Einstürzen. Als Gottheit müsste der Mond aus sich heraus leuchten, so die herrschende Vorstellung. Doch der Philosoph entdeckt das Gegenteil. Er erkennt, die helle Seite des Mondes zeigt stets exakt zur Sonne. Anaxagoras schließt daraus, der Mond leuchtet nicht selbst, was hell erscheint ist nur reflektiertes Sonnenlicht. Die dunklen Flecken deutet er als Meere. Die Entzauberung des Himmelskörpers erzürmt die Athener. Sie klagen ihn der Gottlosigkeit an. Eine Abstimmung mit weißen und schwarzen Kieseln entscheidet über seine Zukunft. Die Mehrheit verurteilt ihn, Athen für immer zu verlassen. Beim Mondlicht wird er recht behalten. Doch die Flecken täuschen noch viele Generationen. In Europa sieht man in ihnen ein Gesicht, den Mann im Mond. Für Chinesen zeigt sich dagegen ein Hase mit langen Ohren. Südafrikaner erkennen eine holzsammelnde Frau. Dem wahren Geheimnis der Flecken kommen die Forscher erst auf die Spur, als sie die Rückseite des Mondes betrachten. Hier gibt es fast keine vermeintlichen Mondmeere. Ihre Geschichte beginnt schon zu der Zeit, als Erde und Mond noch vom Zusammenstoß blühen. Der Mond dreht sich nach dem Aufprall um sich selbst. Doch die Anziehungskraft der Erde bremst seine Bewegung ab. Bald zeigt er ihr ständig dieselbe Seite. Durch die Hitzestrahlung der Erde kann sich auf dieser Seite nur eine dünne Kruste bilden. In der Folgezeit kommt es immer wieder zu heftigen Einschlägen auf dem Mond. Auf der Vorderseite reicht ihre Kraft, die dünne Kruste zu durchschlagen. Lava tritt aus und bildet riesige Felder. Beim Abkühlen nehmen sie eine dunklere Farbe an. Das ist die wahre Natur der von Anaxagoras beschriebenen Flecken. Von seinem Mythos hat der Mond durch die Wissenschaft nichts verloren. Zu tief sitzen in uns die tausend Jahre alten Erfahrungen und Legenden der Generationen vor uns. Jede Kultur hat ihre eigene Geschichte zum Mond. Früher, da waren das Mythen und Sagen. Heute sind es die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung. Aber die sind nicht weniger sagenhaft. Denn sie erzählen die Geschichte vom ganz jungen Mond. Und der ist entstanden nur 50.000 Kilometer entfernt von der noch durch und durch glutflüssigen Erde. Die hat eine Oberflächentemperatur von mehreren tausend Grad gehabt. Und die hat den Mond an seiner Vorderseite verbrannt. Der Mond hatte Erdbrand. Nun, unsere Erde hat sich ja dann abgekühlt. Dass dieser Felsenplanet aber dereinst mal Leben tragen wird, das war damals noch gar nicht ausgemacht. Dafür mussten sämtliche Beteiligten im Sonnensystem mitspielen. Es kam nämlich auf die richtige Reihenfolge an. Tschüss. Die Quelle allen Lebens auf der Erde ist flüssiges Wasser. Doch dass es das gibt, ist keineswegs selbstverständlich. Die Existenz von Wasser ist einem unglaublichen Zufall zu verdanken. Unseren Platz im Sonnensystem verdanken wir einem Ereignis, dessen Spuren man erst kürzlich entdeckt hat. Die Erde ist der dritte von vier Felsenplaneten nahe der Sonne. Jenseits des Asteroidengürtels folgen die vier Gasriesen Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Eine beinahe Katastrophe sicherte uns den besten Platz im Sonnensystem. Achse schlingern. In der Folge herrschen an den Polen tropische Bedingungen. Das über Millionen von Jahren gewachsene Eis schmilzt. Der Meeresspiegel steigt dramatisch an. Städte, die ehemals an der Küste lagen, nun sind sie Opfer der Fluten. Andere Regionen vereisen. Die klimatischen Wechsel überall auf der Erde sind extrem. Der Mond hat die Macht, den Spuk zu beenden. Durch ihre Drehung besitzt die Erde einen leichten Bauch. Und dort packt sie der Mond. Mit der Kraft der Gravitation hält er die Erde am Äquator fest. So stabilisiert er ihre Achse. Der Mars besitzt gleich zwei Monde. Phobos und Deimos. Und doch taumelt er auf seiner Bahn um die Sonne. Im Laufe seiner Geschichte hat er schon chaotische Schwankungen vorzogen. Warum haben seine Monde das nicht verhindert? Tatsächlich handelt es sich nur um eingefangene Asteroiden. Sie sind viel zu klein, um auf den Mars zu wirken. In einigen Millionen Jahren könnten sie wieder verschwunden sein, abgestürzt oder ins All entwichen. Unser Riesenmond, ein Glücksfall. Wie kam die Erde zu einem so großen Trabanten? Dies ist eine der Fragen, denen Astronauten bei ihren Mondflügen nachgegangen sind. Sechs Apollo-Flüge schaffen es zwischen 1969 und 1971 zum Mond und zurück. Die Astronauten bringen zusammen fast 400 Kilogramm Mondgestein von ihren Missionen mit. Die Untersuchungen fördern Erstaunliches zutage. Die Brocken unterscheiden sich kaum von irdischen Gesteinen. Für die Forscher ein Hinweis auf eine Geschichte des Mondes, wie sie dramatischer kaum sein könnte. Zwei Planeten auf der gleichen Umlaufbahn erleben eine kosmische Katastrophe. Ihr Zusammenstoß hätte beide Himmelskörper zerstören können. Doch Winkel und Geschwindigkeit sind... Auf der Suche nach einem solchen blauen Diamanten in den riesigen Abgründen der Milchstraße sind die Forscher schon direkt vor unserer Haustür auf große Überraschungen gestoßen. Wer hätte denn auch vermutet, dass es kaum Leben auf der Erde geben würde, wenn wir nicht einen alten Bekannten hätten, der ab und zu, ab und zu nimmt. Der Mond hat unsere Erde fest im Griff. Ganz offen zeigt er seine Macht durch Ebbe und Flut. Doch manche Menschen schreiben ihm noch ganz andere Kräfte zu. So soll etwa Mondholz fantastische Eigenschaften besitzen. Ein Baum gefällt am Tag vor Neumond, liefert demnach ein ganz besonderes Holz. Es soll stabiler sein und sogar Feuer widerstehen. Ein wissenschaftlicher Nachweis dafür steht bislang aus. Dass wir uns überhaupt Gedanken darüber machen können, das allerdings ist dem Mond zu verdanken. Denn würde es den Mond nicht geben, hätte das dramatische Konsequenzen. Die Erde würde um ihre Achse schlingern. In der Folge herrschen an den Polen tropische Bedingungen. Das über Millionen von Jahren gewachsene Eis schmilzt. Der Meeresspiegel steigt dramatisch an. Städte, die ehemals an der Küste lagen, nun sind sie Opfer der Fluten. Andere Regionen vereisen. Die klimatischen Wechsel überall auf der Erde sind extrem. Der Mond hat die Macht, den Spuk zu beenden. Durch ihre Drehung besitzt die Erde einen leichten Bauch. Und dort packt sie der Mond. Mit der Kraft der Gravitation hält er die Erde am Äquator fest. So stabilisiert er ihre Achse. Der Mars besitzt gleich zwei Monde. Phobos und Deimos. Und doch taumelt er auf seiner Bahn um die Sonne. Im Laufe seiner Geschichte hat er schon chaotische Schwankungen vollzogen. Warum haben seine Monde das nicht verhindert? Tatsächlich handelt es sich nur um eingefangene Asteroiden. Sie sind viel zu klein, um auf den Mars zu wirken. In einigen Millionen Jahren könnten sie wieder verschwunden sein. Abgestürzt oder auf einen Schlag können tausende von Sternen entstehen. Um jeden der Sterne rotiert das restliche Material in einer Scheibe. Hier entstehen die Planeten. In einiger Entfernung vom Stern sammeln Gasriesen große Mengen an Material ein. Bei vielen Sternen wandern sie durch ihre große Schwerkraft nach innen und schlucken alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Das sichere Ende von Felsenplaneten in der grünen Zone. In unserem Sonnensystem ist alles anders. Der Gasriese Jupiter ist weit draußen geblieben. In sicherem Abstand zu unserer Erde. Was hat ihn auf seinem Weg gestoppt und uns die Position in der grünen Zone überlassen? Die Suche nach einer Antwort führt Astronomen zu einer überraschenden Entdeckung. Am Rande unseres Sonnensystems, wo eigentlich nichts mehr sein dürfte, stoßen sie auf einen Zwergplaneten. Settner. Settner ist derart weit entfernt, dass unsere Sonne von hier wie ein Stern von vielen am Nachthimmel erscheint. Trotzdem gehört Settner zu unserem Sonnensystem. Nur der Zwergplanet braucht für seinen Weg um die Sonne mehr als 11.300 Jahre. Doch was hat ihn dann so weit hinausgeschleudert? Die einzige Erklärung, es muss eine Kraft von außen gewirkt haben zu der Zeit, als unsere Sonne gerade erst in einem Sternenhaufen geboren wurde. Die Forscher sind überzeugt, es war diese Kraft, die auch unsere Erde vor dem Gasriesen bewahrt hat. Und so muss es gewesen sein. Ein Nachbarstern hat unser Sonnensystem gestreift und dabei die Himmelskörper weit auseinandergetrieben. Die Gasriesen gelangten auf entfernte Außenbrust. Settner wurde dabei ins Weltall hinausgetragen. Eines dieser funkelnden Lichter war einmal unser Glücksstern, der die gefährlichen Gasplaneten auf Distanz brachte. Blicken wir heute in den Nachthimmel, so können wir ihn nicht mehr ausmachen. Niemand weiß, wo er nach Milliarden Jahren Wanderschaft durch den Kosmos geblieben ist. Also da hatten wir und das Sonnensystem ja richtig Dusel. Wenn dieser Stern an der blutjungen Sonne entweder zu früh oder zu nah vorbeigeflogen wäre, ja, dann hätte es keine Gas- und Staubscheibe gegeben. Dann hätte es auch keine Planeten gegeben, ergo. Ein Baum, gefällt am Tag vor Neumond, liefert demnach ein ganz besonderes Holz. Es soll stabiler sein und sogar Feuer widerstehen. Ein wissenschaftlicher Nachweis dafür steht bislang aus. Dass wir uns überhaupt Gedanken darüber machen können, das allerdings ist dem Mond zu verdanken. Denn würde es den Mond nicht geben, hätte das dramatische Konsequenzen. Die Erde würde um ihre Achse schlingern. In der Folge herrschen an den Polen tropische Bedingungen. Das über Millionen von Jahren gewachsene Eis schmilzt. Der Meeresspiegel steigt dramatisch an. Städte, die ehemals an der Küste lagen, nun sind sie Opfer der Fluten. Andere Regionen vereisen. Die klimatischen Wechsel überall auf der Erde sind extrem. Der Mond hat die Macht, den Spuk zu beenden. Durch ihre Drehung besitzt die Erde einen leichten Bauch. Und dort packt sie der Mond. Mit der Kraft der Gravitation hält er die Erde am Äquator fest. So stabilisiert er ihre Achse. Der Mars besitzt gleich zwei Monde. Phobos und Deimos. Und doch taumelt er auf seiner Bahn um die Sonne. Im Laufe seiner Geschichte hat er schon chaotische Schwankungen vorzogen. Warum haben seine Monde das nicht verhindert? Tatsächlich handelt es sich nur um eingefangene Asteroiden. Sie sind viel zu klein, um auf den Mars zu wirken. In einigen Millionen Jahren könnten sie wieder verschwunden sein, abgestürzt oder ins All entwichen. Unser Riesenmond, ein Glücksfall. Wie kam die Erde zu einem so großen Trabanten? Dies ist eine der Fragen, denen Astronauten bei ihren Mondflügen nachgegangen sind. Sechs Apollo-Flüge schaffen es zwischen 1969 und 1971 zum Mond und zurück. Die Astronauten bringen zusammen fast 400 Kilogramm Mondgestein, wo es liegt. Von den alten Griechen ist nur noch der Name geblieben. Galaxis, die Milchstraße. Von Hera und Zeus ist schon lange nicht mehr die Rede. Heute geht es um die galaktische Scheibe, in der ständig aufs Neue Sterne vergehen und entstehen. Und um die bewohnbare Zone der Galaxis. Wäre unsere Sonne näher am galaktischen Zentrum, dann wäre das für uns lebensgefährlich. Da stehen die Sterne nämlich dichter beisammen. Die entreißen sich dann gegenseitig die Planeten. Und es gäbe viel mehr Sternexplosionen, die mit ihrer Gammastrahlung das Leben auf der Erde gefährden würden. Gehen wir weiter raus in der galaktischen Scheibe, dann haben wir immer weniger Sterne. Und immer weniger chemische Elemente, aus denen das Leben besteht. Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoff, Phosphor, Eisen. All diese Elemente werden ja in Sternen erbrütet, die explodieren. Denn Leben ist immer Sternenstaub. Und das gilt für alle Lebewesen in der Milchstraße. Leben braucht Sterne. Aber nicht überall, wo Stern draufsteht, ist auch Leben drumherum. Das Leben auf der Erde haben wir unserem Heimatstern zu verdanken. Pflanzen ernähren sich von seinem Licht. Insekten fressen Pflanzen und werden von anderen gefressen. Die Evolution hat einen langen Weg genommen bis hin zum Menschen. Und dafür brauchte sie sehr viel Zeit. Die Geschichte unserer Erde auf zwölf Stunden geschrumpft. Rund 400 Millionen Jahre entsprechen einer Stunde. Um halb drei besiedeln die ersten Bakterien die Erde. Um fünf Uhr entwickeln sich die ersten Mehrzeller. Gegen halb elf finden sich die ersten Krustentiere. Die Dinosaurier verschwinden um zehn vor zwölf. Dann erscheinen die ersten Halbaffen auf der Windfläche. Erst um drei Sekunden vor zwölf erobert der Mensch die Erde. 4,6 Milliarden Jahre spendete die Sonne Energie für diesen Prozess. Und die Entwicklung ist noch längst nicht zu Ende. Will man Leben auf anderen Planeten finden, muss man also nach Sonnensuchen, die sehr lange brennen. Einige Milliarden Jahre mindestens. Die Suche nach anderen, belebten Planeten beginnt mit der Suche nach geeigneten Sternen. Milliarden von Sonnen sind nachts mit Teleskopen von den Laufspüren. Damit Kepler möglichst ungestört messen kann, kreist das Teleskop in einer Bahn um die Sonne. Den Blick hat Kepler auf einen Sternenhaufen aus 190.000 Sternen gerichtet. Viele davon könnten von Planeten begleitet werden. Aber wie soll ein Objekt, das selbst nicht leuchtet, in tausenden Lichtjahren Entfernung zu finden sein? Astronomen folgen verräterischen Hinweisen. Passiert ein Planet seinen Stern, so gibt es leichte Veränderungen in der Lichtstärke. Dies ist vergleichbar mit der Beobachtung einer weit entfernten Lampe, vor der ein Falter vorbeifliegt. Das Insekt verdunkelt kaum erkennbares Licht. Doch misst man die Lichtstärke genau, so lässt sich die Veränderung selbst aus großer Entfernung messen. Im astronomischen Maßstab schattet auch jeder Planet das Licht seines Sterns geringfügig ab. Aus dieser Veränderung können Astronomen einen Planeten ausmachen. Sie können sogar seine Größe und seine Umlaufgeschwindigkeit ablesen. Diese Methode funktioniert jedoch nur, wenn das Teleskop zufällig in der Ebene der Planetenbahnen auf den Stern schaut. Sonst funktioniert diese Messung nicht. Doch es gibt noch ein weiteres Indiz. Ein Hammerwerfer schwankt mit seiner Kugel stets leicht hin und her. Er wobbelt. Genau das Gleiche passiert auch bei einem Stern, der von Planeten umkreist wird, durch die Kraft der Gravitation. Dieses Wobbeln kann das Teleskop Kepler messen. Es verrät, ob ein für uns unsichtbarer Planet den Stern umkreist. Tausende von Sonnen hat das Teleskop schon ins Visier genommen und Astronomen die Positionen von insgesamt 715 neuen Planeten übermittelt. Ihre Namen sind wenig fantasievoll. K für Kepler und eine Zahl für die Reihenfolge in der Entdeckungsgeschichte. Einer der ersten aussichtsreichen Kandidaten schien Kepler 10b. Doch genauere Untersuchungen zeigten, er ist seiner Sonne zu nah. Eine Feuerhalle. Kepler-16b, ein weiterer, zunächst vielversprechender Planet. Er ist aber zu groß und entpuppte sich schließlich als eisiger Gasgigant. Die Zeit der Jäger und Sammler. Die Menschen damals waren aber nicht nur Jäger, sondern auch Gejagte. Die klare Vollmondnacht war für sie womöglich die gefährlichste Nacht des Monats. Hinweise darauf haben Forscher in Afrika gefunden. Über 20 Jahre studierten sie das Jagdverhalten von Löwen bei Vollmond. Die Tiere haben eine exzellente Nachtsicht. Ihnen genügt das Mondlicht für die Jagd. In Vollmondnächten machen sie nicht nur mehr Beute. Die Forscher zählten auch deutlich mehr Angriffe auf Menschen. In diesen Nächten fürchteten auch unsere Vorfahren vermehrt Raubtierangriffe. Der Nährboden für die Wehrwolf-Legenden. Statt einer Bedrohung sahen die Menschen im antiken Griechenland im Mond eine leuchtende Gottheit. Im 5. Jahrhundert vor Christus bringt der griechische Philosoph Anaxagoras dieses Weltbild zum Einstürzen. Als Gottheit müsste der Mond aus sich heraus leuchten, so die herrschende Vorstellung. Doch der Philosoph entdeckt das Gegenteil. Er erkennt, die helle Seite des Mondes zeigt stets exakt zur Sonne. Anaxagoras schließt daraus, der Mond leuchtet nicht selbst, was hell erscheint ist nur reflektiertes Sonnenlicht. Die dunklen Flecken deutet er als Meere. Die Entzauberung des Himmelskörpers erzürnt die Athener. Sie klagen ihn der Gottlosigkeit an. Eine Abstimmung mit weißen und schwarzen Kieseln entscheidet über seine Zukunft. Die Mehrheit verurteilt ihn, Athen für immer zu verlassen. Beim Mondlicht wird er recht behalten. Doch die Flecken täuschen noch viele Generationen. In Europa sieht man in ihnen ein Gesicht, den Mann im Mond. Für Chinesen zeigt sich dagegen ein Hase mit langen Ohren. Südafrikaner erkennen eine holzsammelnde Frau. Dem wahren Geheimnis der Flecken kommen die Forscher erst auf die Spur, als sie die Rückseite des Mondes betrachten. Hier gibt es fast keine vermeintlichen Mondmeere. Ihre Geschichte beginnt schon zu der Zeit, als Erde und Mond noch vom Zusammenstoß blühen. Erst nach ihrer Entstehung durch den Einschlag von Asteroiden und Kometen bekommen. Dass diese Asteroiden und Kometen bei uns eingeschlagen sind, das verdanken wir vermutlich dem Stern, der eben im richtigen Zeitpunkt an unserem Sonnensystem vorbeigeflogen ist. Nach dieser turbulenten Anfangsphase hat es aber eine solche nahe Begegnung eines Sterns mit unserem Sonnensystem gar nicht mehr gegeben. Warum nicht? Tja, das liegt vermutlich daran, weil die Sonne und auch ihre Planeten sich eine sehr gute Wohnlage in der Milchstraße ausgesucht haben. Forscher müssen die Erde verlassen, wollen sie den unsichtbaren Plan der Milchstraße enträtseln. SOFIA ist ein fliegendes Infrarotteleskop. Um in die letzten Winkel unserer Galaxie zu blicken, muss es die Atmosphäre hinter sich lassen. Aus 13 Kilometern Höhe hilft das Teleskop die Frage zu beantworten, wo innerhalb dieses milchigen Bandes am Himmel ist eigentlich unser Platz? Vor 2000 Jahren hätte die Frage Verwunderung ausgelöst. Den alten Griechen gilt die Milchstraße nicht als Ort, sondern als göttliches Zeichen. Einer berühmten Sage nach ist die Milchstraße Zeugnis eines Dramas. Auf dem Olymp herrscht Zeus. An seiner Seite steht die göttliche Hera. Sie führen eine schwierige Ehe. Hera hebt ständig Zorn und Groll gegen ihren Mann. Zeus betrügt sie am laufenden Band und zeugt zahlreiche uneheliche Kinder. Darunter den größten Helden der griechischen Mythologie, Herakles. Herakles muss zahlreiche gefährliche Prüfungen bestehen. Um ihm göttliche Kräfte zu verleihen, legt ihn Zeus heimlich seiner Frau an die Brust. Doch Herakles saugt so heftig, dass Hera erwacht und ihn wegstößt. Ihre Milch spritzt quer über das Firmament und zeichnet am Himmel die Milchstraße. Eine schöne Legende. Zur gleichen Zeit nähert sich der Philosoph Aristoteles dem Rätsel mithilfe der Wissenschaft. Seiner Überzeugung nach handelt es sich um eine Wettererscheinung. Das Feuer der Sterne verbrennt die obere Atmosphäre und hinterlässt dabei eine Art Nebel im begrenzten kugelförmigen Universum. In der arabischen Welt regt sich um 1100 n. Chr. Widerstand gegen diese Deutung. Der Astronom Eben Bacher erkennt die wahre Natur der Milchstraße. Allein im All? Und wenn nein, wo sind Sie dann? Herzlich willkommen bei Faszination Universum. Früher war das höchstens ein Thema für Science-Fiction-Autoren. Es gibt ja wahre Weltraum Eben über die ganz großen Geschichten der irdischen und Außerirdischen bei der Eroberung des schier unendlichen Kosmos. Seit rund 20 Jahren allerdings sind auch seriöse Wissenschaftler auf der Suche nach Lebensinseln um andere Sterne. Was gesucht wird, ist klar. Ein kleiner, blauer, bewässerter, belebter Planet. Und auf der Suche nach einem solchen blauen Diamanten in den riesigen Abgründen der Milchstraße sind die Forscher schon direkt vor unserer Haustür auf große Überraschungen gestoßen. Wer hätte denn auch vermutet, dass es kaum Leben auf der Erde geben würde, wenn wir nicht einen alten Bekannten hätten, der ab und zu, ab und zu nimmt. Der Mond hat unsere Erde fest im Griff. Ganz offen zeigt er seine Macht durch Ebbe und Flut. Doch manche Menschen schreiben ihm noch ganz andere Kräfte zu. So soll etwa Mondholz fantastische Eigenschaften besitzen. Ein Baum gefällt am Tag vor Neumond, liefert demnach ein ganz besonderes Holz. Es soll stabiler sein und sogar Feuer widerstehen. Ein wissenschaftlicher Nachweis dafür steht bislang aus. Dass wir uns überhaupt Gedanken darüber machen können, das allerdings ist dem Mond zu verdanken. Denn würde es den Mond nicht geben, hätte das dramatische Konsequenzen. Die Erde würde um ihre Achse schlingern. In der Folge herrschen an den Polen tropische Bedingungen. Das über Millionen von Jahren gewachsene Eis schmilzt. Der Meeresspiegel steigt dramatisch an. Städte, die ehemals an der Küste lagen, nun sind sie Opfer der Fluten. Andere Regionen vereisen. Die klimatischen Wechsel überall auf der Erde sind extrem. Der Mond hat die Macht, den Spuk zu beenden. Durch ihre Drehung besitzt die Erde einen leichten Bauch. Und dort packt sie der Mond. Mit der Kraft der Gravitation hält er die Erde am Äquator fest. So stabilisiert er ihre Achse. Kein Wunder, denn er wird ja schon immer in Gedichten und Liedern verehrt. Und uralte Legenden sprechen sogar von Wesen, die sich unter dem sanften Mondlicht verwandeln. Bei Vollmond geschieht manch Unheimliches, heißt es. Menschen verwandeln sich in Wehrwölfe. So eine Legende, die man sich in vielen europäischen Kulturen erzählt. Die Furcht und der Vollmond. Nur eine zufällige Verbindung oder das Vermächtnis aus einer vergangenen Welt. Die Zeit der Jäger und Sammler. Die Menschen damals waren aber nicht nur Jäger, sondern auch Gejagte. Die klare Vollmondnacht war für sie womöglich die gefährlichste Nacht des Monats. Hinweise darauf haben Forscher in Afrika gefunden. Über 20 Jahre studierten sie das Jagdverhalten von Löwen bei Vollmond. Die Tiere haben eine exzellente Nachtsicht. Ihnen genügt das Mondlicht für die Jagd. In Vollmondnächten machen sie nicht nur mehr Beute. Die Forscher zählten auch deutlich mehr Angriffe auf Menschen. In diesen Nächten fürchteten auch unsere Vorfahren vermehrt Raubtierangriffe. Der Nährboden für die Wehrwolf-Legenden. Statt einer Bedrohung sahen die Menschen im antiken Griechenland im Mond eine leuchtende Gottheit. Im 5. Jahrhundert vor Christus bringt der griechische Philosoph Anaxagoras dieses Weltbild zum Einstürzen. Als Gottheit müsste der Mond aus sich heraus leuchten, so die herrschende Vorstellung. Doch der Philosoph entdeckt das Gegenteil. Er erkennt, die helle Seite des Mondes zeigt stets exakt zur Sonne. Anaxagoras schließt daraus, der Mond leuchtet nicht selbst, was hell erscheint ist nur reflektiertes Sonnenlicht. Die dunklen Flecken deutet er als Meere. Die Entzauberung des Himmelskörpers erzürnt die Athener. Sie klagen ihn der Gottlosigkeit an. Eine Abstimmung mit weißen und schwarzen Kieseln entscheidet über seine Zukunft. Die Mehrheit verurteilt ihn, Athen für immer zu verlassen. Beim Mondlicht wird er recht behalten, doch die Flecken täuschen noch viele Generationen. In Europa sieht man in ihnen ein Gesicht. Der Kraft der Gravitation hält er die Erde am Äquator fest. So stabilisiert er ihre Achse. Der Mars besitzt gleich zwei Monde, Phobos und Deimos. Und doch taumelt er auf seiner Bahn um die Sonne. Im Laufe seiner Geschichte hat er schon chaotische Schwankungen vorzogen. Warum haben seine Monde das nicht verhindert? Tatsächlich handelt es sich nur um eingefangene Asteroiden. Sie sind viel zu klein, um auf den Mars zu wirken. In einigen Millionen Jahren könnten sie wieder verschwunden sein, abgestürzt oder ins All entwichen. Unser Riesenmond, ein Glücksfall. Wie kam die Erde zu einem so großen Trabanten? Dies ist eine der Fragen, denen Astronauten bei ihren Mondflügen nachgegangen sind. Sechs Apollo-Flüge schaffen es zwischen 1969 und 1971 zum Mond und zurück. Die Astronauten bringen zusammen fast 400 Kilogramm Mondgestein von ihren Missionen mit. Die Untersuchungen fördern Erstaunliches zutage. Die Brocken unterscheiden sich kaum von irdischen Gesteinen. Für die Forscher ein Hinweis auf eine Geschichte des Mondes, wie sie dramatischer kaum sein könnte. Zwei Planeten auf der gleichen Umlaufbahn erleben eine kosmische Katastrophe. Ihr Zusammenstoß hätte beide Himmelskörper zerstören können. Doch Winkel und Geschwindigkeit sind günstig. Aus dem Größeren entsteht unsere Erde. Aus den Resten der Kollision der Mond. Beide bestehen daher aus demselben Material. Die Heftigkeit des Zusammenstoßes ist so groß, dass Erde und Mond Millionen Jahre lang glühen. Als die Körper langsam abkühlen, entwickelt sich das kosmische Unglück zu einem Glücksfall für das Leben. Der Mond hat die Achse der Erde stabilisiert und uns dadurch ein lebensfreundliches Klima geschenkt. Und darin zeigt sich die wahre Macht des Erdtrabanten. Was auch immer ihm zugeschrieben wird, eines ist sicher. Ohne seinen Einfluss kein Leben auf der Erde. Sternenbänder als fremde Galaxien. Unsere Milchstraße ist damit nur eine Galaxie von vielen. Doch wie unsere Milchstraße aussieht und welche Form sie hat, kann Hubble nicht beantworten. Alles, was die Aufnahmen entfernter Galaxien über unsere eigene verraten ist, wir sehen am Nachthimmel unsere eigene Galaxie von der Seite. Und die Erde ist ein Teil davon. Wie können wir wissen, wie sie aussieht und wo wir sind? Eine Antwort versprechen sich die Forscher von ihrem Spezialteleskop SOFIA. Solche Infrarot- oder Röntgenteleskope wären auf der Erde blind. Doch außerhalb der Atmosphäre erlaubt SOFIA den Forschern, die Gas- und Staubwolken der Milchstraße zu durchdringen und bis in ihre letzten Winkel zu blicken. Aus der scheinbar chaotischen Verteilung der Sterne unserer Heimatgalaxie können Experten erkennen, sie hat die Form einer Spirale. Vier große Seitenarme vereinigen sich in einem Zentrum. Und heute wissen wir, dass unser Sonnensystem nicht in der Mitte, sondern am Rand eines Seitenarms liegt. Von den alten Griechen ist nur noch der Name geblieben, Galaxis, die Milchstraße. Von Hera und Zeus ist schon lange nicht mehr die Rede. Heute geht es um die galaktische Scheibe, in der ständig aufs Neue Sterne vergehen und entstehen. Und um die bewohnbare Zone der Galaxis. Wäre unsere Sonne näher am galaktischen Zentrum, dann wäre das Fluss lebensgefährlich. Da stehen die Sterne nämlich dichter beisammen, die entreißen sich dann gegenseitig die Planeten und es gäbe viel mehr Sternexplosionen, die mit ihrer Gammastrahlung das Leben auf der Erde gefährden würden. Gehen wir weiter raus in der galaktischen Scheibe, dann haben wir immer weniger Sterne. Und immer weniger chemische Elemente, aus denen das Leben besteht. Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoff, Phosphor, Eisen, all diese Elemente werden ja in Sternen erbrütet, die explodieren. Denn Leben ist immer Sternenstaub. Und das gilt für alle Lebewesen in der Milchstraße. Leben braucht Sterne. Aber nicht überall, wo Stern draufsteht, ist auch Leben drumrum. Das Leben auf der Erde haben wir unserem Heimatstern zu verdanken. Pflanzen ernähren sich von seinem Licht. Insekten fressen Pflanzen und werden von anderen gefressen. Die Evolution hat einen langen Weg genommen bis hin zum Menschen. Gedichten und Liedern verehrt und uralte Legenden sprechen sogar von Wesen, die sich unter dem sanften Mondlicht verwandeln. Bei Vollmond geschieht manch Unheimliches, heißt es. Menschen verwandeln sich in Wehrwölfe. So eine Legende, die man sich in vielen europäischen Kulturen erzählt. Die Furcht und der Vollmond. Nur eine zufällige Verbindung oder das Vermächtnis aus einer vergangenen Welt. Die Zeit der Jäger und Sammler. Die Menschen damals waren aber nicht nur Jäger, sondern auch Gejagte. Die klare Vollmondnacht war für sie womöglich die gefährlichste Nacht des Monats. Hinweise darauf haben Forscher in Afrika gefunden. Über 20 Jahre studierten sie das Jagdverhalten von Löwen bei Vollmond. Die Tiere haben eine exzellente Nachtsicht. Ihnen genügt das Mondlicht für die Jagd. In Vollmondnächten machen sie nicht nur mehr Beute. Die Forscher zählten auch deutlich mehr Angriffe auf Menschen. In diesen Nächten fürchteten auch unsere Vorfahren vermehrt Raubtierangriffe. Der Nährboden für die Wehrwolf-Legenden. Statt einer Bedrohung sahen die Menschen im antiken Griechenland im Mond eine leuchtende Gottheit. Im 5. Jahrhundert vor Christus bringt der griechische Philosoph Anaxagoras dieses Weltbild zum Einstürzen. Als Gottheit müsste der Mond aus sich heraus leuchten, so die herrschende Vorstellung. Doch der Philosoph entdeckt das Gegenteil. Er erkennt, die helle Seite des Mondes zeigt stets exakt zur Sonne. Anaxagoras schließt daraus, der Mond leuchtet nicht selbst, was hell erscheint, ist nur reflektiertes Sonnenlicht. Die dunklen Flecken deutet eher als Meere. Die Entzauberung des Himmelskörpers erzürnt die Athena. Sie klagen ihn der Gottlosigkeit an. Eine Abstimmung mit weißen und schwarzen Kieseln entscheidet über seine Zukunft. Die Mehrheit verurteilt ihn, Athen für immer zu verlassen. Beim Mondlicht wird er recht behalten. Doch die Flecken täuschen noch viele Generationen. In Europa sieht man in ihnen ein Gesicht, den Mann im Mond. Aus der scheinbar chaotischen Verteilung der Sterne unserer Heimatgalaxie können Experten erkennen, sie hat die Form einer Spirale. Vier große Seitenarme vereinigen sich in einem Zentrum. Und heute wissen wir, dass unser Sonnensystem nicht in der Mitte, sondern am Rand eines Seitenarms liegt. Von den alten Griechen ist nur noch der Name geblieben, Galaxis, die Milchstraße. Von Hera und Zeus ist schon lange nicht mehr die Rede. Heute geht es um die galaktische Scheibe, in der ständig aufs Neue Sterne vergehen und entstehen. Und um die bewohnbare Zone der Galaxis. Wäre auch unsere Sonne näher am galaktischen Zentrum, dann wäre das Fuß lebensgefährlich. Da stehen die Sterne nämlich dichter beisammen, die entreißen sich dann gegenseitig die Planeten und es gäbe viel mehr Sternexplosionen, die mit ihrer Gammastrahlung das Leben auf der Erde gefährden würden. Gehen wir weiter raus in der galaktischen Scheibe, dann haben wir immer weniger Sterne und immer weniger chemische Elemente, aus denen das Leben besteht. Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoff, Phosphor, Eisen, all diese Elemente werden ja in Sternen erbrütet, die explodieren. Denn Leben ist immer Sternenstaub. Und das gilt für alle Lebewesen in der Milchstraße. Leben braucht Sterne. Aber nicht überall, wo Stern draufsteht, ist auch Leben drumherum. Das Leben auf der Erde haben wir unserem Heimatstern zu verdanken. Pflanzen ernähren sich von seinem Licht, Insekten fressen Pflanzen und werden von anderen gefressen. Die Evolution hat einen langen Weg genommen bis hin zum Menschen. Und dafür brauchte sie sehr viel Zeit. Die Geschichte unserer Erde auf zwölf Stunden geschrumpft. Rund 400 Millionen Jahre entsprechen einer Stunde. Um halb drei besiedeln die ersten Bakterien die Erde. Um fünf Uhr entwickeln sich die ersten Mehrzeller. Gegen halb elf finden sich die ersten Krustentiere. Die Dinosaurier verschwinden um zehn vor zwölf. Dann erscheinen die ersten Halbaffen auf der Windfläche. Erst um drei Sekunden vor zwölf erobert der Mensch die Erde. 4,6 Milliarden Jahre spendete die Sonne Energie für diesen Prozess. Und die Entwicklung ist noch längst nicht zu Ende. Will man Leben auf anderen Planeten finden, muss man also nach Sonnensuchen, die sehr lange brennen. Einige Milliarden Jahre mindestens. Beim Abkühlen nehmen sie eine dunklere Farbe an. Das ist die wahre Natur der von Anaxagoras beschriebenen Flecken. Von seinem Mythos hat der Mond durch die Wissenschaft nichts verloren. Zu tief sitzen in uns die tausend Jahre alten Erfahrungen und Legenden der Generationen vor uns. Jede Kultur hat ihre eigene Geschichte zum Mond. Früher, da waren das Mythen und Sagen. Heute sind es die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung. Aber die sind nicht weniger sagenhaft. Denn sie erzählen die Geschichte vom ganz jungen Mond. Und der ist entstanden nur 50.000 Kilometer entfernt von der noch durch und durch glutflüssigen Erde. Die hat eine Oberflächentemperatur von mehreren tausend Grad gehabt. Und die hat den Mond an seiner Vorderseite verbrannt. Der Mond hatte Erdbrand. Nun, unsere Erde hat sich ja dann abgekühlt. Dass dieser Felsenplanet aber dereinst mal Leben tragen wird, das war damals noch gar nicht ausgemacht. Dafür mussten sämtliche Beteiligten im Sonnensystem mitspielen. Es kam nämlich auf die richtige Reihenfolge an. Die Quelle allen Lebens auf der Erde ist flüssiges Wasser. Doch dass es das gibt, ist keineswegs selbstverständlich. Die Existenz von Wasser ist einem unglaublichen Zufall zu verdanken. Unseren Platz im Sonnensystem verdanken wir einem Ereignis, dessen Spuren man erst kürzlich entdeckt hat. Die Erde ist der dritte von vier Felsenplaneten nahe der Sonne. Jenseits des Asteroidengürtels folgen die vier Gasriesen Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Eine beinahe Katastrophe sicherte uns den besten Platz im Sonnensystem. In der sogenannten grünen Zone. Näher an der Sonne und das Wasser würde verdampfen. Weiter draußen und es wäre nutzlos im Eis gefangen. Auf der Suche nach einer zweiten Erde blicken die Astronomen daher gezielt in die grünen Zonen der Sterne und erleben eine Überraschung. Anstelle von Felsenplaneten finden sie häufig unbewohnbare Gasriesen in der eigentlich bewohnbaren Zone. Welches Schicksal hat die Felsenplaneten hier ereilt? Ein Blick in die Kinderstube eines Sonnensystems. Es beginnt mit einer Wolke aus Gas und Staub. Die Druckwelle einer nahen Supernova verdichtet das. Der Mond hat unsere Erde fest im Griff. Ganz offen zeigt er seine Macht durch Ebbe und Flut. Doch manche Menschen schreiben ihm noch ganz andere Kräfte zu. So soll etwa Mondholz fantastische Eigenschaften besitzen. Ein Baum gefällt am Tag vor Neumond, liefert demnach ein ganz besonderes Holz. Es soll stabiler sein und sogar Feuer widerstehen. Ein wissenschaftlicher Nachweis dafür steht bislang aus. Dass wir uns überhaupt Gedanken darüber machen können, das allerdings ist dem Mond zu verdanken. Denn würde es den Mond nicht geben, hätte das dramatische Konsequenzen. Die Erde würde um ihre Achse schlingern. In der Folge herrschen an den Polen tropische Bedingungen. Das über Millionen von Jahren gewachsene Eis schmilzt. Der Meeresspiegel steigt dramatisch ab. Städte, die ehemals an der Küste lagen, nun sind sie Opfer der Fluten. Andere Regionen vereisen. Die klimatischen Wechsel überall auf der Erde sind extrem. Der Mond hat die Macht, den Spuk zu beenden. Durch ihre Drehung besitzt die Erde einen leichten Bauch. Und dort packt sie der Mond. Mit der Kraft der Gravitation hält er die Erde am Äquator fest. So stabilisiert er ihre Achse. Der Mars besitzt gleich zwei Monde. Phobos und Deimos. Und doch taumelt er auf seiner Bahn um die Sonne. Im Laufe seiner Geschichte hat er schon chaotische Schwankungen vorzogen. Warum haben seine Monde das nicht verhindert? Tatsächlich handelt es sich nur um eingefangene Asteroiden. Sie sind viel zu klein, um auf den Mars zu wirken. In einigen Millionen Jahren könnten sie wieder verschwunden sein. Abgestürzt oder ins All entwichen. Unser Riesenmond, ein Glücksfall. Wie kam die Erde zu einem so großen Trabanten? Dies ist eine der Fragen, denen Astronauten bei ihren Mondflügen nachgekommen. 4,6 Milliarden Jahre spendete die Sonne Energie für diesen Prozess. Und die Entwicklung ist noch längst nicht zu Ende. Will man Leben auf anderen Planeten finden? Muss man also nach Sonnensuchen, die sehr lange brennen? Einige Milliarden Jahre mindestens. Die Suche nach anderen, belebten Planeten beginnt mit der Suche nach geeigneten Sternen. Milliarden von Sonnen sind nachts mit Teleskopen von der Erde aus zu sehen. Aber um welchen dieser Sterne könnte ein bewohnbarer oder gar bewohnter Planet kreisen? Stern ist nicht gleich Stern. Es gibt rote Zwerge, blaue Riesen, aber auch rote Riesen und weiße Zwerge. Die Sterne sind unterschiedlich groß. Verglichen mit der Erde hat unsere Sonne 300.000 Mal mehr Masse. Viel kleiner sind die roten Zwerge. Sternriesen können dagegen 300 Mal größer sein als unsere Sonne. Oder sogar fast 2000 Mal größer. sind es die Giganten, in deren Nähe die Suche nach einer zweiten Erde Erfolg verspricht? Sie müssten auch Brennstoff für Milliarden von Jahren in sich tragen. Nur dann könnten sie ausreichend lange Energie liefern für einen Evolutionsprozess, ähnlich dem auf unserer Erde. Doch die Riesen haben ein zu kurzes Leben. Wie Holz in einem sehr heißen Ofen rasch verglüht, so verbrennen die gigantischen Sonnen ihren Brennstoff sehr schnell. Manche sind schon nach wenigen Millionen Jahren ausgebrannt. Sie blähen sich auf, bevor sie zu einem schwarzen Loch zusammenfallen. Das schwarze Loch wandert anschließend als fressendes Monster durch das All. Im Maßstab der kosmischen Uhr sind diese Giganten schon nach wenigen Minuten tot. Leben hat in ihrer Nähe keine Zeit zu entstehen. Vielversprechender sind somit Sonnen, die mindestens so alt werden wie unsere Sonne. Oder sogar noch älter. Beispielsweise rote Zwerg.